Wie, 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 wie. Welches von den dreien ist es? Jupp, das ist es mal nicht. Unlucky, Mann. Das ist ein guter deutscher Streamer. Und wir f*** dich an ihm. Kommst du heute wieder online? Ich komm morgen dann wieder gegen 13 Uhr. Och, Bro. was ist diese also jetzt mal no joke was ist diese lobby schau dich das an was haben die für ein setup die schauen einfach alle nur aufs load oder also ist das krank ist das krank ja 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 Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn mitbekommen. Das war's. Ich weiß, er ist skint. Bruder, also, 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 pfff. Fuck, I need, I need to buy an Ammo. Dude, he keeps going back. Yes. He keeps going back. No, it's so knapp, Alter. Warte, ich weiß aber schon mal, ich kann meinen Loadouts hier ablegen. Ich kann meinen Loadouts hier abstellen. Wir haben unseren Loadouts schon mal, Chad. Wir haben unseren Loadouts schon mal. Wir haben schon mal. Wir haben schon mal. Alles gut, alles gut, alles gut. Nur mit der Ruhe, nur mit der Ruhe. Oh, it's him, it's him! Yes, melee! Oh, no. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Mann, warum helft ihr denen, ihr Vollidioten? Wir sind doch alle im selben Boot, warum schießt ihr auf mich? Wir sind hier und hier und hier. Ja, hier hinten. Hier hinten. Hier hinten. Hier hinten. Hier hinten. Hier hinten. Atención. El resurgimiento ya no está activo. This is the endgame. This is the endgame. How do you pronounce his name again? Benkoop. Benkoop. Ahora o nunca. UAV sin combustible. Por la montada. Arriba tenemos uno, eh. Tenemos al pesado del bajo cada tío. Moin. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 eh. Oh, my god. I got it, right? Let's go! I got something from the position. Nice tip. Moin. Oh, Rod rip beside you. We're dead. He's got... He's got underwater. I got an RPG though. Can you fire that underwater? I... I went above water and parted underground. Oh, it was the... It was the... Oh, I'm a genius. Was he impressed? Thank you, kind sir. Was macht ihr jetzt unter Wasser mit euren Raketenwerfern in der Schwänze? Any UAV overheads? war noch nie so gebrochen ich war noch nie so gebrochen in meinem ganzen leben raus mit dir vanessa ich war noch nie so gebrochen wusste ich das mit dem raketenwerfer unter wasser geht ich bin offline